5 krasse Gesetzesänderungen im Dezember Recht auf schnelles Internet Ab dem 1. Dezember kannst du deine Zahlungen an den Internetanbieter verringern, wenn du bei Battlefield abkackst, da du nicht die versprochene Internetgeschwindigkeit bekommst. Eine App der Bundesnetzagentur hilft beim Messen. Neues Kündigungsrecht für Handyverträge Ab dem 1. Dezember kannst du Handy- und Internetverträge, die sich nach 2 Jahren automatisch verlängern, mit einer Frist von nur einem Monat kündigen. Und Anbieter müssen mindestens einen Vertrag mit nur einem jähriger Vertragslaufzeit anbieten. Gute Nachricht für alle Tierfreunde, Tierversuche müssen künftig nicht nur gemeldet, sondern in aller Regel auch genehmigt werden. Ich dachte, das wäre schon immer der Fall gewesen. Achtung, die Frist zur Masernimpfung läuft ab. Du hast noch diesen Monat Zeit, einen Impfnachweis für Kindergarten oder Schulen zu erbringen. Feuerwerk in Gefahr Zwar wurde das Feuerwerk dieses Jahr bundesweit bisher noch nicht verboten, viele Institutionen sprechen sich jedoch dafür aus. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten aber ganz nice, diese Wie will ich die - Vielen Dank.